hallo und herzlich willkommen zurück zu kingdom hart 2 final mix mit mir der mir mehr aus natürlich euch den zuschauen so in der letzten folge haben wir die organisation 13 pilze abgeholt und jetzt machen wir dann konstruktion beziehungsweise ja die organisation 13 noch einmal so luxor los kommen los auf ein spielchen also das gleiche der gleiche kampf im freund hast du nicht ganz getroffen mein guter luxor er muss noch keinen schaden aber gut oh ja in den kampf meister of games spiel ok gut das war wohl nicht so doll ziemlich tot oder ich bin ziemlich tot ja das spiel hätte ich nicht wagen soll weil hat man gesehen diesen bisschen sehr schnell ja ja der erste der zeit nein ist keine challenge ist jetzt mal gut ja das war es nicht ja okay das ist übel deshalb wie einer der spieler niemanden mit den gleichen skills aber sei meine herren diese scheiß ja für den luxor karte so machen lust auf ein spiel hier mein guter ich weiß welche das ist aber ja ich bitte kann mit diesem einfach jetzt ist es echt unglaublich welche das sein könnte unglaublich welche das sein könnte ich weiß nicht warum ich damit sagen wollte ja deine karten kann sich behalten luxor hat das ist es geht echt gut ja lokal nur stop of the game hier ja fliegen bis auf das das ist ein problem ja kampfwürfel was ich fertig oh gott wie viel zeit hat er bekommen ja macht uns durch deinen was auch immer du da machen möchtest ich muss das machen um den zu besiegen das ist so ein problem gut das war nichts meine zeit ist langsam abgelaufen ganz langsam ja das ist ein problem so lange ich kein schaden tisch ist noch cool so jetzt nicht verkacken schon so geht doch der letzte ist einfach so schnell und dann gewonnen man muss den letzten schafft hat es aber auch gewonnen hat oder nicht aber nicht die vitamin gut brauche ich nicht section na von einem arschloch zum nächsten jetzt eigentlich weil sex ist auch total übel bis zum scheiß buch das hat mal stecken ich habe gesagt lasst das mal stecken mein guter er nimmt ruhig meine freunde mir egal ob ich kann kämpfen doch doch nicht hallo warum hat der flieger jetzt gar nichts gemacht was ist das der flieger Feuer, raus hier. Nein! Ich bin schon wieder zurück ins Buch. Ich kann nicht mal einen Abschlussangriff machen. Schöne Dash nach vorne. Somebody kommt quick! Aus, ja. Nein! Nicht sofort, mich auch noch, du Arsch! Ich mag keine Lektüre. Nicht solche. Ah, komm, ich war noch drin, ey. Muss ja. Damit wieder an, hä? Ja, diese Scheißkackbücher, ne? Umdrehen, äh... Therapeutikum? Oder ist das denn? Enttarnen. Normalisieren. Also, gewonnen. Denk mal am ersten Mal, Sexyord. Du kannst nicht, Bücher Heidi. Mein, Herr. Eine flüchtige Vision. Die bräuchte ich noch zum Basteln. Oh, ja. Hier hat der nächste Arsch. Wechseln. Dun, dum, 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 dum. Das ist es. Das ist es. na magst du mich scannen hauptsache schau dich jetzt die kaputte also offen damit okay wenn wir nicht immer die überform mir so richtig zeigen und das war es deine daten haben dir echt geholfen wechseln überform ist so geil guck ich habe mir gedacht das geht so schlag auf schlag auf schlag aber eine flüchtige version let's go mein freund let's go kleiner gauner auch schon wie hier ist wieder sind hallo kann ich machen lass mich doch mal an ihr bestell der schießt jetzt okay das war zu früh ich dachte zumindest ich kann nein wer ist wenn du es nimmst ei 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 das war so tröste mich ja richtig gut naja ich tanze mal neben nicht ne ist ja wohl okay oder okay jetzt tanze ich doch ein bisschen das war so richtig gut ja ja komm man bleibt ja da kriegst du deinen eigentlichen schuss am ersten mal meine herren länder jetzt ist aber ja in dem gelände schutzengel naja ich glaube nicht dass dort noch irgendwie was bringt habe ich nicht benutzt gehabt schutzengel sanders sein das ist der boss also kommt auch zum schluss na mein guter jetzt muss ich zumindest mal starke und gibt es auch keinen ich gehe einfach mal weg oder hat dem ist einer komischen windkugel ich war gerade am stehen cool so eine komische windkugel so ist mir die ganze zeit hinterher also wir warten ja natürlich manchmal kurz den hier damit gespeichert wird oh ja auch wenn der kampf macht ja so spaß wo ist der fang in das da ist der fang in das da ist der fang in das ich warte mal bist du denkst da ist hallo da war schon fertig seine windbubble ist echt nervig das war jetzt nicht toll wenn man habe ich jetzt mein magie dinge zu gespeichert es halte finde ich echt nicht einfach mit seiner scheiß luft babbel ich muss echt in seinen eigenen moves benutzen damit der stadt durchkommt ich fliege mal weg ja gut dass ich das gerade benutzt habe so jetzt mal deine windbubble erstmal kaputt machen mein guter ich habe mir ein paar sprüngchen geklaut jetzt fliege ich weg wie junge ist in seinem guten modus ja da kommen soll es scheiße okay das war's ja mein bleib der lange dann so komisch stehen so ein sprung mir gezockt und jetzt fliegen sie wieder weg fliegen wie du stehbar ja das mein name in die roxas okay das war es anscheinend schon ich hatte das so viel schlimmer in erinnerung er kommt auch so angesauß dass ich den sprung hatte und der dann voll daneben ging der macht eine kompo bis man dann rutscht auf 1 hp so jetzt kann man nicht mal ausnahmsweise da haben wir mehr sprung jetzt so wer wird das eine baube weg nur dass du wieder mitnimmst ach komm ich hau dich doch du arsch krampe bitte sich jedes mal drückt wieder sein scheiß barriere zockt der master des das 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 ja wie die schade gemacht hat das ist so ein schwarz sind schildreich dabei extrem ja ja mach ruhig einen wind jetzt macht das schön schaden guck mal den schaden an hat es sich auch gedacht ich dachte er hätte ich will ja ja komm machte dein fliege dass meine leute darin nicht beschützen kann obwohl die darin stehende ist quatsch ja ich hab mir schon gedacht überall teleporter tierung hier na super ein bisschen stadt und beschützen aber naja ich glaube ich will nicht schaden was macht ich bin voll hallo social distancing Ja, das war's. Man, der geht mir echt auf die Eile in den letzten fucking HP leisten. Der geht echt mir richtig auf den Sack. Der hat mir voll auf meinen scheiß Nack, ey. Hier, guck mal, ich hab ne Bubble, der mach ich die ganze Zeit nicht tot. Social Distan-Penner. Oh, Gott, ist das nervig, diese scheiß Bubble, ey. Ich würde mal eigentlich den Geistesblitz holen, aber, äh, gut. Ja, wenn du genug hast. Da kannst du einfach ziehen. Man sieht es schon so an, hä? Das ist gut. Ich gehst mir echt auf den Sachsen-Saldin, ne? Deine Medaillen sind selbst in dem Kingdom Hearts Handy-Game scheiße. Du Arsch. Guck irgendwie, wie nah der mir rankommt. Nur mit seiner scheiß Bubble. Mal gucken, ob ich mich da droht, dadurch. Ich bin echt schockiert, wie ich da droht. Wichtig, ich hab dich da drawer kommentiert. Dann lass mal zu früh. Dann macht gar keinen Schaden. Dein Ultis kacke. Jetzt kommt der Scheiß, ne? sein holt hier ist kacke man da kriegst man blitz gehabt das war es jetzt mal immer dieser letzte verkackte brauche er geht natürlich ein fucking ins leere ja wenn ich die ganze zeit auch so eine scheiß aura mache wo denn der gegner nicht durchkommen mit tausend milliarden schaden pro sekunde bekommt ja dann würde ich auch sagen das kann ich habe kein x gedrückt aber gut diese scheiß babbeln trifft tausend milliarden mal aber ist gut naja bei millisekunden ich habe ab ne macht euch ein toller ulti du bist einfach nur zeitfresser mir bist du nicht entschiedener zeitfresser ja richtig viel zeit darauf zu reagieren das wind macht einfach viel zu viel schaden dafür dass ich fast 150 ja cool kam scheinlich mal auf dem boden an ja super machte spaß schön in der ecke gedrängt für seine scheiß wind barriere damit ich auch innerhalb nanosekunden auf 1 hp runter bin das ist so eine shiterei ich habe fast 150 fucking ab und nichts nichts ja cool springen einfach mal 20.000 jahre später und das vorgesagt hat ja cool machen einfach mal kein und ich möchte hat auf den sacken der junge weise dazu ich habe fenex gedrückt aber gut ich habe fenex gedrückt aber gut naja toll ach toll ah toll also wieder so weiter so einfach mal soll deine scheiß babbeln er ist unglaublich wie sehr die einem auf den keks gehen kann Okay, was meine fucking Puppet hingewiesen? wind attitüde diese kacke macht auch keinen spaß all den du bist ein der schlimmste von allen bisher der feuerboden nicht so schlimm hat man zumindest einen kleinen trick ja du bist ein geiler hengst du wissen es alle na wie gefällt dir das richtig angenehm shit und ob es jazw es kommt sorry du hast auch echt nur 40 hp aber auch mal nicht viel mit aber sogar ausgewischt in dem quatsch muss er nämlich einen richtig hart auf die pelle rück unglaublich wie viel schaden das macht guckt ist einfach nur da um mir auf den sack zu gehen doch sofort in sie wieder weg meine fresse geht mir das jetzt auf die eier junge 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 fängt schon mal geil an ja genau doch eigentlich besser so jetzt warten wir bis er seine babbeln macht macht vielleicht noch einmal nein dann macht luftschuss weil er patamon ist oder gern wäre so nah wie hat das geschmeckt ich möchte nicht in der ecke sein ich möchte nicht in der ecke sein möchte ich jetzt ein bau enthalten das Z珍s dratsch 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 naja cool machen wir mal so ich werde schon das elixier wofür habe ich die dinge über 30 kann man auch gut fahren die teile dann gehe ich mal nämlich jetzt fängt es nämlich wieder an warum fliegen ist deine schwäche rumfliegen wirklich dadurch einmal wie schön schnell die mp leistet sich wieder füllt alles wegen mp hast hast gar das war nichts jetzt habe ich genug sprünge um dich fertig zu machen du arschkrampe jetzt ist es soweit wir waren die fertig ja warten wir nur noch auf seinen wind ja ja social distancing ne weil das mit füßen tritt tritt ich nicht mit füßen so endlich meine herren boah bin kass bei abwehrengel schutzengel nicht auf engl aber ich meine 150 abwehr habe ich 149 aber habe ich auch voll gespürt jetzt so da würde ich auch sagen wir machen hier eine pause für drei minuten ich hoffe ich hoffe ich hatte wieder beim nächsten mal wird wie die heißt kino hat zweifel mix wo wir die restlichen organisations 13 member platt machen also wenn die leute wenn es euch gefallen hat solltet ihr abonnieren wie es weiter passt ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen tag und haut rein bis zum nächsten mal